So, heute ist der vierte Dezember und wir werden das vierte Türchen öffnen von Daphins Kinderabgangskalender. Dann findest du Nummer vier. Oh, da kommt ein Kinderriegel raus. Und dann machen wir nochmal Daphins Weihnachtsmannachgangskalender auf. Und hier kommt ein Teddy raus. Da machen wir nochmal meinen Stall auf. Und hier oben ist die Nummer vier. Und da kommt Äpfel raus. Und dann machen wir nochmal meinen Schokoladenabgangskalender auf. Und hier kommt ein Zug raus. Und hier kommt ein Zug raus. Ja, und tschüss, bis zum nächsten Zwischen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, nein, nein, nein.